In diesem Video geht es um die besten E-Pianos. Der Qualitätssieger in unserem E-Piano-Test geht an das Yamaha P45B. Das Yamaha P45 sorgt für ein authentisches Spiel und natürlichen Pianoklang. Für alle Einsteiger, die mehr wollen. Mit den mattierten schwarzen Tasten sorgt die Graded Hammer Standard-Tastatur für ein natürliches Spielgefühl und holt den Klang eines akustischen Klaviers direkt nach Hause. Vereint in einem kompakten, modernen Design findet dieses Digital-Piano überall seinen perfekten Platz. Schwerer gewichtete Tasten in tieferen Tonlagen und leichter gewichtete Tasten in höheren Tonlagen schaffen ein natürliches Spielgefühl. Für die stillen Momente kann ein Kopfhörer angeschlossen werden. Mit dem USB-Anschluss kann das P45 einfach mit einem Computer verbunden werden, um Musiksoftware und weitere Programme zu nutzen. Ein Digital-Piano ist groß, sperrig und unpraktisch. Stimmt nicht. Das Yamaha P45 hat ein schlankes, modernes Design, wiegt nur 11,5 Kilogramm und ist nicht nur für einen kleinen Raum ideal, sondern auch bestens zum Mitnehmen geeignet. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Funk-Ki DP882. Das DP882 wurde insbesondere für Einsteiger konzipiert, die den Funktionsumfang eines modernen Keyboards suchen, sich aber die Optik eines ausgewachsenen E-Pianos wünschen. Mit seinen 88 Tasten im Pianostil, 360 Sounds, der Begleitautomatik mit 160 Begleitrhythmen, 80 Demo-Songs, der Lernfunktion, dem integrierten MP3-Player und den klangstarken Stereo-Lautsprechern setzt es neue Maßstäbe in seiner Preisklasse und begeistert Musikanten von jung bis alt. Eigene Musikstücke können dank der Rekordfunktion per Knopfdruck aufgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgespielt werden. Dabei umfasst der Aufnahmeumfang großzügige 180 Takte. Im Song-Modus kann aus einer Vielzahl von Liedern ein gewünschtes Stück gewählt werden, um seine musikalischen Fähigkeiten zu verbessern. Der Preis-Leistung-Sieger in dem E-Piano-Test ist das Rainfox E-Piano. 61 Tasten, die der Größe eines echten Klaviers entsprechen und zum Erlernen des richtigen Fingerabstands und der richtigen Skalierung geeignet sind. Das 61 Tasten Keyboard ist kompakt im Design und ist die ideale Wahl für diejenigen mit wenig Platz. Das musikalische Keyboard verfügt über zwei Stereo-Lautsprecher, sodass sie es mit Spaß spielen können. 61 Tasten, 200 Klangfarben, 200 Rhythmen, 60 Demo-Songs Aufnahme und Wiedergabe helfen ihre eigenen Original-Songs zu komponieren und zu proben. Perfekte Kombination aus Eleganz und Schlichtheit. Einzigartiger Klang, Funktionsknöpfe und leichte Bedienbarkeit sorgen für pure Freude an der Musik im leichten und schlanken Design so kompakt wie noch nie. Aufnahme- und Wiedergabe-Funktion, professionell und für Anfänger geeignet. Kopfhörerbuchse für immersives Lernen, ohne Eltern und Nachbarn zu stören. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.